Stahlbeton, eine gerissene Bauweise Selbst wenn alle Vorgaben beachtet wurden, kann ein nachträgliches Verpressen von Fugen und Rissen erforderlich sein. Das Verpressen dient meist der Trockenlegung von Rissen, ermöglicht aber auch kraftschlüssige Verbindungen. Eine Fugen- oder Rissverpressung läuft in vier bzw. fünf Phasen mit jeweils mehreren Arbeitsschritten ab. Setzen der Packer Eventuelle Riss- bzw. Fugenpräparation Riss- bzw. Fugenverpressung Reinigung der Injektionspresse Kosmetische Nacharbeit Benötigte Werkzeuge und Utensilien sind Bleistift bzw. Signierkreide und Zollstock Schutzbrille sowie Handschuhe, Bohrmaschine, passender Steinbohrer und Ausblashilfe Hammer- und Rohrsteckschlüssel sowie Gabelschlüssel zum Setzen der Packer Rührquirl, Injektionspresse und Spachtel Aus der Art des Risses oder der Fuge ergeben sich die nötigen Arbeitsschritte und Verpresswerkstoffe. Die Zwei-Komponenten-Spachtelmasse dient einer eventuellen Risspräparation und der kosmetischen Nacharbeit. Im Falle von wasserführenden Rissen oder Fugen kann eine Vorverpressung mit Intektin-Blitzharz erforderlich sein. Zur Abdichtung von sowohl trockenen als auch feuchten oder mit Blitzharz vorverpressten Rissen und Fugen wird Intektin-Plus-Harz injiziert. Kraftschlüssige Verbindungen entstehen beim Einsatz von Intektin-EP-Harz. Intektin-Acrylharz kann bei Bauteiltemperaturen bis 0 Grad verwendet werden. Der Intektin-Spezialreiniger befreit Arbeitsgeräte von Harzrückständen. Gestartet wird mit dem Ausfüllen des sogenannten Rissprotokolls. Es dient der Dokumentation aller durchgeführten Injektionsarbeiten und kann bei eventuellen Nachfragen hilfreich sein. In Phase 1 werden die Packer gesetzt. Wichtig dabei sind die richtigen Abstände. Als Markierungsmaß dient die halbe Wand- bzw. Bauteilstärke. In unserem Fall ca. 15 cm. Die Bohrungsmarkierungen ausgehend von Riss oder Fuge so anzeichnen, dass die 45 Grad Bohrlöcher später etwa in der Mitte des Bauteils auf die Fuge treffen. Bei Rissen und Fugen, die nur von einer Seite zugänglich sind, wie etwa zwischen Bodenplatte und Wand, wird in einer Reihe markiert. Bei Rissen und Fugen, die in einer Fläche liegen, wird immer abwechselnd von links und rechts markiert. Der Bohrerdurchmesser wird entsprechend der gewählten Packer gewählt. Nach dem senkrechten Anbohren einer Markierung wird die Bohrmaschine auf 45 Grad geschwenkt und anschließend in Richtung der Fugenmitte weitergebohrt. Entscheidend ist, dass Riss oder Fuge definitiv angebohrt werden. Die Bohrlochtiefe sollte daher mindestens 5 cm über dem angenommenen Abstand liegen. Anschließend die Bohrlöcher mit einer Ausblashilfe vom Bohrmehl befreien. Ein wichtiger Arbeitsschritt, der später den festen Sitz der Packer ermöglicht. Nun die Packer in die Bohrlöcher einführen. Dabei nicht mit dem Hammer auf die Kegelköpfe schlagen, da dies die kleinen Kopfnippel beschädigen könnte. Am sichersten lassen sich die Packer mit einem Rohrsteckschlüssel in die Löcher schlagen. Nach dem Einsetzen alle Schraubpacker mit dem jeweils erforderlichen Anzugsmoment festziehen. Hierbei ist unbedingt auf den festen Sitz der Packer zu achten. Gleichzeitig dürfen die Schrauben nicht überzogen werden, da die Packer sonst abbrechen könnten. Damit die Dichtheit der einzelnen Packer für die Injektion sichergestellt ist, abschließend den Sitz ihrer Kegelköpfe prüfen. Zur Vermeidung von ungewolltem Harzaustritt kann bei breiten Rissen oder beim Einsatz von Klebepackern teilweise eine Verdämmung mit geeigneter Spachtelmasse nötig sein. Die Spachtelmasse nach Herstellervorgabe anmischen. Dabei besonders auf das richtige Verhältnis und eine homogene Vermischung der Komponenten achten. Der Untergrund muss für die Verdämmung tragfähig, also staub- und rückstandsfrei sein. Vor Beginn der nachfolgenden Injektionsarbeiten die vollständige Aushärtung der Spachtelmasse abwarten. Überschüssige, ausgehärtete Spachtelmasse kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Phase 3 – Das Verpressen Bei stark wasserführenden Rissen muss zunächst durch eine Intektin-Blitzharz Vorverpressung der Wasserfluss gestoppt werden. Anderenfalls würde das Abdichtungsharz Intektin Plus wieder ausgespült werden, bevor es erhärten kann. Für eine derartige Vorverpressung Intektin-Blitz ein einkomponentiges, sogenanntes Schaumharz gleichmäßig mit dem zugehörigen Beschleuniger unter Zuhilfenahme eines Rührquirls vermischen. Dieses Harz reagiert mit Wasser, bildet dabei einen PU-Schaum und stoppt so den Wasserfluss. Dabei immer beachten, dass das Harz bereits mit Luftfeuchtigkeit reagiert, weshalb das Gebinde immer gut verschlossen gehalten werden muss. Das Intektin-Blitzharz über die Packer in den wasserführenden Riss pressen Für eine optimale Injektion bei vertikalem Rissverlauf mit dem untersten Packer beginnen und Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Bei horizontalem Verlauf von einer Seite zur anderen. Der Injektionsdruck sollte etwa im Bereich von 20 bis 40 Bar liegen und 80 Bar nicht überschreiten. Bei Wasserkontakt entstehender Schaum stoppt den ungewollten Wasserfluss, hat aber keine abdichtende Wirkung. Erst Intektin Plus sorgt vor dem endgültigen Aushärten in den nachfolgenden Schritten für die tatsächliche Verpressung. Das Blitzharz in gleichbleibender Reihenfolge so lange nachpressen, bis eine ausreichende wasserstoppende Verdämmungswirkung im Riss erzeugt wird. Anschließend die Injektionspresse reinigen und die weitere Verpressung vorbereiten. Die folgende abdichtende Injektion muss binnen einer Stunde durchgeführt werden, noch bevor das Blitzharz in den Packern aushärten kann. Beim zweikomponentigen Injektionsharz Intektin Plus liegen beide Komponenten A und B bereits im richtigen Mischungsverhältnis vor. Damit das Harz seine Wirkung entfalten kann, Komponente B komplett in Komponente A umfüllen und mit einem Rührquill sorgfältig vermischen. Anschließend durch mehrmaliges Umtopfen des Harzes die Mischung auf Gleichmäßigkeit kontrollieren. Die befüllte Injektionspresse vor ihrem Einsatz stets auf einen ordentlichen Zustand überprüfen. Die Risse bzw. Fugen werden über die Injektionspacker bei vertikalen Rissen von unten nach oben, bei horizontalen, fortlaufend in einer Richtung mit Harz befüllt. Der Injektionsdruck sollte dabei etwa zwischen 20 und 40 Bar liegen. Drücke über 80 Bar weisen auf Probleme hin, wie zum Beispiel auf ein Bohrloch, das die Fuge nicht getroffen hat. Vor dem Ende der Topfzeit, die bei Intektin Plus bei ca. 100 Minuten liegt, wird der Riss ein weiteres Mal, gegebenenfalls mehrmals, in der schon bekannten Reihenfolge nachverpresst, um eine vollständige Rissfüllung zu erreichen. Für die Wiederverwendung können mit dem Intektin-Spezialreiniger, wann immer nötig, Arbeitsgeräte wie Rührquirl und Injektionspresse von Harzrückständen befreit werden. Auch bereits erhärtete PU-Harze lassen sich damit anlösen. Reiniger und flüssiges Harz sind wie Lacke als Sondermüll zu entsorgen. Abgebundenes Harz kann hingegen zum normalen Hausmüll gegeben werden. In der letzten Phase wird kosmetisch nachgearbeitet. Die hier verwendeten Packer mit Fußventil haben den Vorteil, dass die Packeroberteile sofort nach der letzten Injektion einfach abgeschraubt werden können. Sind allerdings Nagelpacker im Einsatz, muss das Harz ca. 24 Stunden aushärten. Erst danach dürfen die Injektionspacker abgeschlagen werden. Eine Spachtel hilft beim Entfernen von ausgetretenem, überschüssigem Harz. Abschließend können die Injektionslöcher mit der in Phase 2 beschriebenen Zwei-Komponenten-Spachtelmasse verspachtelt werden. newich. Vielen Dank.